Ähm... Tür noch ein bisschen warten... Das war nämlich auch neu... Kann ich mich daran erinnern? Da steht gleich mit einer Kettensäge vor mir... ARIN, you can't run! Now kiss. Ja ok, ich bin gestorben. Ich glaube, ich komm dann mal direkt raus. No one is at least 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 at least. So. Come out! Hahahaha! Ich hab ihn ausgedrickst. Haaaaa! Katze! Miau! Voll emotionslos! Kitty! Why? Why does everyone reject me? I hate it! I can't stand it! Miau! I can't! Miau! Die emotionsvollste Katze der Welt! Miau! It's wounded! Miau! 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 You look so fragile! I need to get you to the hospital! Yo yo yo! The hospital! Hang in there! I'm gonna be the rapper! I'm going to help you! Yo yo! Back to Tarot! I'm sorry, but she'll be young, Salmeng. Empty lot. Oh. The cat's grave. Meow. I'm sorry. If I only get frank you so soon, maybe I could have. Teacher? Teacher? Eh. Yes, I'm running straight through you. So, hier sind Röhren, Pipes. Hype. Eew, eew, eew. Hey, Schotter. Weckfuch. Meow. Diese Katze. Hast du was gegen die Katze? Meow. Hallo? No one ever accepts me, that's what I thought. But she was different, you know, with their large breasts and so. Stuff. Errrr... Who are you going to get in, you sir? This dam is a perfect place for starter, eh? I understand it. Let's do something. Errrr... Entschuldigung. Kein Problem. Ja, das ganze Zeit die Stimme so verstellen, geht echt auf Muskulatur. Ja. Überleben, let's go. Let's go. Äh... Ach, das ist die, das ist die, ach ja. Äh, are you okay? Ach ne, egal. Kakano! Äh, Kakano. She was one of the girls in Mr. Shota's class. Äh, don't, don't you mind if I sit with you? Ja? It's okay, if you don't want me, sorry. No, no, nothing like that. So I can't? Däh! 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 Däh, yo! Willst du meine Raps checken? Yo, check mir meine Raps! Yo, yo! Ich kann doch gerne mit dem Tät wageln und den Arsch schaken in deinen Musikvideos! Hahaha! What do you do? What do you say? What do you say? Token doesn't say anything either! Why do you talk to me? Weil sie geil ist! Token sounds so pretty! Hey, you, you always eat lunch here? Yeah, yeah, and I'm, 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 I'm practicing my rapping skills, you know? Rap, rap, poof, 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 poof! Oh, I see. It's nice here. It's great and calming. Yeah, I guess it's rap time! Yo, 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 yip, yo, yo, yo! I'm trying to force you! Yo, 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 yo! Yo, yo, yo! Give me your rap skills! Yo, yo! Sorry? What? What? I couldn't do anything when, uh, you were being tasty. I don't! Can I come again tomorrow? Yeah, we can rhyme something! Okay, that sounds very nice! We could eat lunch to cater from no one! Yeah, and then we're doing rapping skills! Yo, yo, if you eat with me, we'll just be teased! Yo, yo, yo! I must be pleased! Yo, 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 yo! I don't mind at all! I've decided I want back down! There! I was feigning ignorance out of fear! I always turned from reality! But I'm going to stop! From now on, I'll protect you, Sota! Stop! Hemi-time! DEN-DEN-DEN-DEN-DEN! DEN-DEN-DEN! DEN-DEN-DEN! Can't touch- DEN-DEN-DEN! Uh, am I, uh... bothering you? No, 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 that is not put-put! But, but, us, us! Surely you can't if you get this because of me I mean, I mean, I feel guilty And having a girl send out for me I just be teased more Yo, yo I guess so, I'm sorry Why do you... But, 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 Ash, Ash But, but, I really appreciate You said what, what, in the but But, but, I really appreciate the thought Well, I'm sorry for bringing it up No, 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 it is Still, it won't change that I won't protect you, Sota Come to me anytime you're in trouble I'll help you with anything T-t-tack, no, you call me Sota, not Sota That's so... Otter Otterfuck Otterfuck Yes, I like you, so I'd call you Sota T-t-t-t-t-t-t-t, thank you Hey, I want to know you better, Sota Sota war immer so der, 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 der Mobbing-Name von dem, weißt du? Ja, und er war halt seit, also, in seiner frühen Phase war er halt der Rapper, ne? She, she was the first, the first to accept me I was, I was so, so, so happy Yo Yo Du brauchst mehr Yo's Ich brauch viel mehr Yo's Yo, 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 digga, 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 lauch Shame The power of Yo The power of Yo God Yo good We met there every day afterward, we didn't talk to each other, we just spent a time together Yo Yo, yo, conversation wasn't yo necessary, my heart war on what it is, was it there, yo We were happy, yo Yo, 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 yo Du hast gesagt, die brauchen mehr Yo's Yo, God Yo good Yo 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 That cloud looks like a Rapper Yo, yo Yo Nice! Yo! Takana's smiling, she's cute, yo! Oh, my name! I love her hands and her voice and your smile! I fell for her, my first love, why? Oh my god, leave her off the nest of... I love Takana, yes I do, really do, love her, love, 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 love! Takana, yo! I was made for lovin' you, babe! I was made for yoghurt, you! Fick dich! Huh? Sota? What's the matter? Let, let go! Takana, no, no, I love you! What? Yo! I'm so, yo, I love you, yo, I love you, 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 Takana, yo! Ah! Yo! Takana, yo! You creep! Yo! Yo! Ah! Ich bin grad verwirrt, ich war voll fasziniert von dem, von dem, ähm, von dem Bild. I-I'm sorry! Yo! Why? I thought you accepted me, yo! Yo, yo, yo! Yo! Uh, look, I'm really sorry. I don't mean to get closer to you for that kind of thing. I just felt bad for you, Sota. Sorry, it's nothing. We should stop meeting here, okay? Yo! 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 No! Why? Why, yo? Yo! Won't anyone except me, yo! It's wrapping time. Yo! I do not consist! Why won't any yo except me, yo? Sota, stop! Yo! Yo! Somebody! Help! Sota! Ne, warte. Sota! What are you doing? Yo! Sota mutiert zum Tier. No one accepts me! Yo, yo! Yo, one. Alter, wie der, der hockt, als würde der grad wirklich... seine Nudeln unten reinschieben. Ja. You think I'm disgusting, yo? Don't you? Don't you? Don't you? Shave. Okay. Yo! Yo! Nooo! 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 Ne, die Geräusche werden lauter. Irgendwelche so K***sgeräusche. Oh! Nooo! Nooo! Voll der sympathische Typ und so. Ich glaube, der hat ein kleines, ähm, psychologisches Problem. Why? Why does no one accept me? Yo! Yo, yo, yo! Yo, yo, yo! Er fällt wieder in seine alte Phase zurück. Mhm. My face! I thought if I changed my face, yo! He has things to change, yo! It was a complete turnaround. Everyone welcomed me, yo! Yo, yo, yo! I was accepted at last, yo! I was happy, but... I soon realized it wasn't me who people were welcome to. It was my, yo! Nooo! No one looked inside, yo! Always my appearance, dog! This, yo! This isn't me, yo! It's not me who was loved. It's just this, yo! I've never been loved for me! That's not the truth, sir! Oh, oh! Sie lieben sich! Oh, das Schild! Los! Everyone knows Mr. Schilder kind of... Mr. Schilders kind and reliable teacher. The E.O. And I know it, too! You're kind... You're kind at heart... Hä? Okay. Mr. Schilder... Just a little... Uh... Uh... Awkward sometimes. And for that, I like you! Yo! Oh... Oh... Fangirling right now! So, teacher, don't be sad anymore. I... Everyone... We all love our kind teacher. Yo! Yo! Now kiss! Yo! 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 Oh man, ey! Kamai! Moi! 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 Kion! Shota wurde als Katze... Oh, jetzt geht! Jetzt geht! Meow! This kid wasn't happy! We're being careful! Let's have it! Meow! Shota wurde als Katze wieder geboren! Meow! 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 So, wo soll ich jetzt speichern? Wieder hier? Ja, ist egal. Wir sind ja den richtigen Weg gegangen. Okay. So, jetzt hier! Toma! Warum Toma? Der hat doch nur noch gelebt! Tomas grave? Don't tell me, Toma is in here! So, Misao, äh, äh... Toma, äh, äh... To drag him into the other world? That shit. There's no going back. Okay. Oh, das wird jetzt witzig. Ähm... Du oder ich? Erstmal du, dann später ich, weil du später Misao sprechen musst. Okay. Misao! Stay back! Till I was getting out free, I will not give you Toma. But, why not Toma? He was just... I know. He was just toying with me. And for that, I hate him. I hate him so much, yet I love him, it's strange. No, I don't. If you love Toma, then free him for his sake. Then Ray will be with me instead, Yurk. I don't want to be young anymore. It doesn't matter who if I just want someone with me. Won't. Won't you be my boyfriend instead of drama, Yurk? Well... Yurk would. I... I couldn't. Of course. Not for a girl like me, which likes Yurk would. Toma. Ouhh. Moistö! That's, that's a bit. Do the drama. It's just me, Misao. I'm not a man. I'm not a poor man. I give away, monster. Döö. Was denn? Ich habe nur gerade was in dieCan gehalten. Der Pokédex. Nein. Was anderes. Komm down, Thoma. Uffh. Und ab jetzt kannst du das Marathon mal sprechen. Und ich übernehme Jörg. Das... ist mir? Nein, nein! Miesau! Nicht schau, nicht schau, nicht schau auf mich! Achso, ich kann mich bewegen. Spiegel, Spiegel, Thomas! Geh mir und weg! Okay, Miesau. W-why, w-why does alles happen to me? What did I do? Tell me! Miesau! I wanted to live a long life. I wanted to be happy with someone. I don't want to be alone again. I'm scared. So... This is so unfair. It's wrong. It's wrong. Das heißt, dass ich das unternehmen muss. Das ist das. Ich bin richtig. Ich werde alle in der Welt erleben, was ich habe. Nein. Nein. Ich werde dich nicht tun lassen. Dann lass ich deine Freundin sein, Jörg. Nein. Wenn du für mich sein, Jörg, dann werde ich... Nein. Könnte er jetzt nur noch Nein sagen. Ich weiß, es ist niemals zu sein. Ich bin so ein Fühl. Nein. Okay. Ich sollte nur die Gesichter der Erde wegnehmen. Jörg, ich bin sorry. Nein. Miesau. Nein. Jörg, was bedeutet Nein? Ich kann nicht dein Freund sein, Jörg, du bist nur ein liebter Freund. Jesus. Ich möchte ein guter Freund für dich sein. Das ist, warum ich dich nicht auf eine Wimme wie Toma würde. Jörg. Wir können plötzlich sein, wenn wir uns noch gar nicht kennen, wenn wir uns noch gar nicht kennen, wenn wir uns noch gar nicht kennen, wenn wir uns noch nicht kennen. Also, wir werden uns erst mal Freunde sein. Ich meine, ich wollte immer dein Freund sein, Jörg. Ich wollte bereits mit dir sein, Miesau. Ich werde dich mit dir als Freund sein. Jörg. Äh. Ja. Äh. Es handelt die Blut weg. Gut, gut. Kann eine Frau wie ich wirklich sein Freund? Well, ja. Ich sage es wieder. Miesau. Will du mein Freund sein? Ja. Sie kann kein Deutsch. Sie kann kein Deutsch. Yes. Geht doch. Jörg. Danke. Miesau. Jetzt küsse. Das ist ein Klassrum. Was ist das? Das ist ein Traum. Danke. Nein. Es war nicht. Miesau. Ich werde dich nie vergessen. Ich werde dich vergessen. Ich werde dich vergessen. Man müsste das Bild enthalten und der Joghurt hinschreiben. Du Arsch. Machst du das? Vielleicht. Okay. Übrigens, da ist noch kurz eine Nebenstory, ne? Im Hintergrund. Ja, ja. Dann werden wir uns das jetzt noch etwas ansehen. Toma wurde nämlich wiederbelebt. Von Onigavaralala. Und der überlebt jetzt Sautomeli wieder anscheinend. Äh, Ayaka wieder. Und alle anderen. Und Ayaka stalkt ihn jetzt. Weil er so voll der gute Typ ist. Und so, ah, du hast mein Leben gerettet. Ah, es schmeckt sich fahl. Er ist jetzt der neue, übrigens aus dem Library. Ja, Stitch darf jetzt mit den ganzen Babys sitten. Ja, das Baby. Babysitten heißt nicht gleich, sich auf das Baby zu setzen. Stürzt du dich jetzt vom Dach oder was? Nee, nee. Das hatten wir doch schon. Zweimal. Nein. Indy. Du. Du und du. Jetzt ist P-Chain zufrieden. Ähm. Secret Passwort. Warte. Ah, es hat Ding Ding gemacht. Welcome to the Rec Room. Das ist nämlich so der, der Endraum in dem ja, noch ein paar Sachen gezeigt werden. Alter, Party Hart hier. Aber das Passwort das Passwort schneidest du übrigens raus, hoffentlich. Ja. Weil ihr habt es jetzt gesehen. Also den, den Raum. Aber wie ihr da hinkommt, müsst ihr es selbst rauskriegen. Geiler. Hallo. Das ist übrigens, äh, ja, genau. Ja, die, 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 die weibliche Protagonistin, ähm, im Bloody Mode. Genau. Danke für mich zu spielen. Es war, äh, loadet bei... So, enjoy it. Äh, I'm glad to enjoy it. Okay. Shave? Ja. Ich würde davon, ich würde davon, ich würde davon gar nichts zeigen. Ich würde davon, ich würde einfach sagen, ja, den Raum gibt es hier, den müsst ihr euch aber selbst suchen. Okay, ich glaube, ich werde mich hier gleich privat noch ein bisschen umgucken und Spaß haben. Aber auf jeden Fall, hier ist es süß. Hier, hier sind einfach mal alle möglichen Charaktere noch. Hier sind hier, äh, äh, Tome und, äh, Misau am rummachen. Hier, er hat Spaß mit seiner Säge. Hier unten gammelt hier noch, äh, ähm... Otome. Otome rum. Und nochmal Otome. Und hier ist der, der, der Faddern mit seiner Kettensäge, der freut sich seines Lebens. Der Faddern. Faddern. Und hier oben macht dieses eine lustige Viech Padiat. Und die haben auch Leute Spaß im Bett. Also, Alter, hier voll die Orgienparty, ey. Die haben bestimmt gut einen gesoffen. Und... Toma auf dem Klo. Toma auf dem Klo. Der muss da einen harten Neger abseilen. Und, äh... Ja, mit diesem wunderschönen Wild... Augenblick. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Beziehungsweise im nächsten Let's Play, wo ich wieder am Invaden bin. Nein, ich will jetzt ein anständiges Ende machen. Ah! Ich hab doch gar nichts gesagt. Ich hab nur gesagt, ich... Wir sehen uns in der nächsten Folge, beziehungsweise im nächsten Let's Play, wo ich wieder am Invaden bin. Ah, okay. Ich hatte gerade erst mal noch einen Herzinfarkt, dass meine Mutter gegen die Tür geklopft hat. Das war auch viel gruseliger als das komplette Spiel. Okay, ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal und danke fürs Gucken. Tschüss. Tschüss.